Und herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute die mobile Anwendung von Bukusdorf vor. Das ist eine sehr, sehr berühmte Kochveranstaltung, ein Kochwettbewerb, der berühmteste eigentlich der Welt, kann man quasi sagen. Und wir möchten euch heute mal die mobile Anwendung davon vorstellen, denn auf der Startseite wird man hier gleich willkommen geheißen. In diesem Fall ist es zum Beispiel Germany 2014, also in Deutschland. Und hier bekommt man schon mal ein paar Informationen und man kann hier auch gleich auf Facebook folgen. Zwar ist dieser Wettbewerb in diesem Falle schon abgelaufen, aber man kann sich trotzdem in der Sidebar über unterschiedliche Sachen informieren, wie zum Beispiel Informationen über das Event an sich einholen. Diese werden dann immer im Browser geladen und kann man sich hier auch ganz einfach kurz durchlesen und anschauen. Besonders interessant finde ich persönlich, dass man hier auf die Kandidaten zurückgreifen kann. Da sieht man auch, wer hier 2014 gewonnen hat, zum Beispiel Gold, hier in diesem Falle von Christian Krüger. Und auch ansonsten Silber und Bronze wird hier noch angezeigt und auch noch ein paar weitere. Es gibt aber noch viele weitere Funktionen. So gibt es die Möglichkeit, auf die Jury zurückzugreifen, auf die Partner, die Historie. Dann kann man noch auf das Programm zurückgreifen und auch noch auf die Gewinner oder Videos. Gehen wir einfach nochmal hier auf die Gewinner. Die werden hier auch nochmal angezeigt. Was ich insgesamt ein bisschen schade finde, ist, dass das immer im Browser nachgeladen wird. Das ist dann auch nicht immer mobil optimiert, wie ihr hier zum Beispiel seht. Da kann man zwar immer nochmal ranscrollen, aber ansonsten ist es nicht so perfekt optimiert. Wenn man auf die Jury zum Beispiel klickt, dann kann man natürlich auch hier alle Informationen abrufen. Aber es fehlt insgesamt doch noch so ein bisschen der mobile Stil hier an der Anwendung. Insgesamt aber trotzdem eine ganz gute Sache. Und falls ihr diesen Wettbewerb verfolgt oder sogar selber Teilnehmer seid, dann gehört natürlich auch der Download der mobilen Anwendung mit dazu. Das war es von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.